moin moin meine lieben freunde herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von lego jurassic world wir sind beim letzten mal hier stehen geblieben mit den kittys zack und wie heißt der andere? gray und wir müssen hier durch zurück zum park in der letzten folge sind wir ja von den indominus geflüchtet und ja geht jetzt auf jeden fall richtig weiter vor allem ne untersteinen ist so ein schlüssel ich will nach hause zu mom und dad ja doch ich glaube ich kann das tor zurück zur lagune sehen und hier ist es das tor klasse kinder die kennen sich immer mit technik aus oder weiß einer von euch zufällig wie man aktoren an einem tor repariert ich helfe klasse donald t hat sie so richtig verhauen ne so was kennen wir hier nicht Teamwork na warte ich helfe euch mal nicht schlecht du könntest glatt donalds Job übernehmen also falls das mit der Uni nichts werden sollte hey ich bin nicht dämlich du hast mich doch dämlich genannt oder das war nett von ihnen aber sollten sich hier draußen wirklich Kinder herumtreiben sehe ich da etwa eine info tatsächlich der angriff ach ja jetzt greifen wir die flugsaurier sehen sie sie läuft direkt auf den park zu hallo irgendjemand hier Ingen Haskins sie wissen warum ich hier bin ich arbeite jetzt seit zwei jahren an einer verwendung für diese raptor lassen sie mich das klar ausdrücken kein velociraptor wird auf dieser insel freigesetzt ok boss was haben sie jetzt vor wir brauchen niemanden sonst Zielgesicht ist südlich des Vogelhauses wie geplant fortfahren Beeilung Jungs 10 Uhr beim Vogelkäfig 10 Uhr 10 Uhr 10 Uhr 10 Uhr 10 Uhr 10 Uhr die armen was passiert hier was macht euch bereit zu rennen der kleine kennt sich aus die dinosaurier holen sich die welt zurück mensch lass ihn doch dein autostand da mitnehmen ja das weiß ich schon dass einige lego charaktere fensterscheiben kaputt machen können sie zum beispiel der land hat heute geschlossen die randalieren hier richtig der mann Oh, die ACU, Claire und Owen. Wisst ihr, Hauptsache, die sperren hier die Dinger ab mit dem Wagen. Gut, die Zivilisten sind ja eh alle weg, aber trotzdem. Die Dinosaurier kommen auch über Autos rüber. Ich glaube kaum, dass uns diese Dinos einfach so vorbeispazieren lassen. Meinst du nicht? Hallo? Oh, da ist ja auch einer. Ja, ich drehe durch. Tschüss. Also eigentlich würde der Peranodon da sehr leicht rauskommen aus dem Ding hier, ne? Aus dem Schacht. Aua. Oh, Junge. Überall sind so eine Drecksvögel, ne? Jetzt spielen wir wieder die Kinder. Vor allem, warum rennen die Leute nicht in das Besucherzentrum, Alter? Ne. Ach, du. Ach, du. Ach, du kannst dich mit denen doch ausküren. Hey, gut gemacht, kleine. Bleib da. Verpisst dich. Haut ab! Verdammten Drecksviecher. An den Rest der Steine komme ich gar nicht ran. Bitte lächeln. Ja, gleich. Ich finde das auch doof. Nicht alle Lego-Objekte, die man zerstört, geben hier Geld. Finde ich ein bisschen blöd. Oh, da sind sie wieder, die kleinen Viecher. Hallo, wie geht's? Hallo. 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 Schau dich kaputt. Ja, immer auf die Nuss, immer drauf, da. So, haben wir noch was vergessen? Glaube nicht, ne? Doch, da ist auch ein Flugzeug, ja. Den können wir noch kaputt boxen. So, aber nichtsdestotrotz, wir müssen jetzt erst mal weiter. Und wieder ist ein Park zunichte gemacht worden. finde ich nicht, finde ich nicht. Nein, ich habe ich noch mal wieder. Nein, das will ich nicht. Ich habe nämlich so gedacht, wo, ähm, der Teil rauskam und ich das dann gesehen habe im Kino, wie der Park aussieht. Dann habe ich so gedacht, boah geil, die haben es endlich mal geschafft. Aber, ne, dem ist nicht so. Leider nicht. Sehr schade. Oh, Junge, hab ich's doch. Oh, Junge ist richtig stark. Wenn der boxt. Oh, noch mehr. Auf was schießt der eigentlich? Da ist doch gar nichts mehr. Ich hätte die ganzen Dinger hier zugemacht, ne, wo die Leute drin sind. Schön. Hoffentlich sind meine Neffen in Sicherheit. Hey, der Schlüssel. Ja, gleich und bleib ruhig. Du siehst du, ich sammle hier noch grad die Steine ein. Nein. Hey. ich mache das nicht nur um eine runde zu zocken warum nicht wäre bestimmt lustig der pack wird eingestampft also von daher warum nicht kaputt machen ich dachte du bist so eine computerexpertin weißt du ja hast du schon mal gemacht super damit habe ich nicht gerechnet hallo warum kommst du denn da jetzt nicht rüber alter klärwort getötet so wir müssen die kinder wieder spielen die flammen richten so so Das war's für heute. Tante Claire! Das ist sie! Ist sie das? Laurie, ich bin unterwegs zu Ihnen. Schlechte Idee. Dieser Hoskins hat jetzt das Sagen. Er will tatsächlich die Raptoren einsetzen. Wir setzen ein neues Team ein. Sie waren noch nie außerhalb des Geheges. Das ist irre. Das ist nicht mehr Ihr Revier. Sie arbeiten nämlich für mich. Wenn wir das tun, dann auf meine Art. Ruhig. Ganz ruhig, Blue. Sie haben was gefunden. Ich weiß, warum Sie uns nicht sagen wollten, woraus sie gemacht wurde. Wieso? Es hat Raptoren-DNS. Achtung! Raptoren haben ein neues Alphatier. Nicht mal Engine kann die Scheiße aufhalten. Selber schuld, ganz ehrlich. Bin ich ehrlich. Also, die Soldaten... Sind nicht auch... Auch gerade die Geilsten hier. Und wir hier runter. Okay, ich komme. Immer ruhig bleiben. Boah. Geht weg. Die Szene fand ich auch mega cool im Film. Alter, wie die Raptoren dann abdrehen. Und man sieht halt auch das, was auf dem... Also, auf dem Moniton passiert, ne? Und dann... Alter, wie die da alle weggemacht werden, die Soldaten. Oh, ernsthaft? Ey, die sind doch beide bei den Marines gewesen. Beide. Ne? Und nur er kann das, oder was? Oh, ernsthaft! Oh, das geht. Das soll dir nur Angst machen, Echo. Ich hoffe, das klappt. Alter, Atombombe, oder was? Autsch. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch ausgehalten hätte. Wir sehen uns. Und tschüss. Engine sollte das eigentlich alles unter Kontrolle bringen, aber machen es nur noch schlimmer. Da ist noch einer. Dust. 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 Oh, Mann. Dust. Dust. Carly! Nein! Geh runter! Lass mich in Ruhe! Puh. Alles in Ordnung? Sicher. Äh, Jungs, alles wird gut. Wir haben sie. Danke. Ich sehe mich nach Überlebenden. Hm, mach das mal. Ich hoffe, was auch immer das hinterlassen hat, hat was Nützliches gegessen. Glück gehabt. Was scheißt der sich denn so in die Hose, Barry? Hilfe ruhig, Bruder. Es ist Delta. Meinst du, du kannst dich vorbeischleichen? Gucken wir mal. Gucken wir mal. Okay. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja,aja. Komm, ja. Oh, ja, okay. Gar nichts. Toll. Oder war das Minikit da drin? Kannst du die Kiste runterholen? Klar geht alles. Mit meinem geilen Greifhaken. Wo ist der Indominus? Nichts da. Ich bin dir 65 Millionen Jahre vorgelegt. Raus. Wo? Was zum... Du! Komm schon. Zeig dir, was du drauf hast. Ich kriegst du nicht so leicht. Solange Blue im Weg ist, können wir ihm nicht helfen. Warum er ihn nicht einfach auffressen tut? Im Film werden die da auch alle fast getötet. Ja, aber es ist nicht der Film. Oh. Ich bin der Knützli. Ich bin der Knützli. sein gut ich bin jetzt den langen Weg gegangen ich hätte auch hier lang gehen können ich wollte halt den Stein haben Harry es braucht Stahlhilfe schießt mit dem Schocken wir drauf sorry blue eine Idee wie wir den großen dazu bringen sein Essen auszuspucken ja vielleicht sehen wir uns um ja könnte funktionieren hilf mir mal hoch wie wärs mit ner Nase hiervon Pfeffer ich will jetzt nach hause das wirst du auch versprochen schon morgen bist du zu hause und deine Mutter wird mir verbieten dich je wieder zu sehen los 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 sie kommen näher verpasst dir in die Ladung Zach ja bin dabei das heißt einer bleibt noch das ist heftig wow au Zach halt dich fest wuh 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 das Da ist Blue. Ich weiß, dass sie es sind. Oh Gott, noch mehr. Wo ist er denn? Charlie, nein. Schön gerade halten. Ja, ich hab ihn. Oh, schon wieder Blue. Warum mussten wir so viele Raptoren haben? Warum nicht nur eine? Ja. Ja. Hast du das gesehen? Das muss ich Mama erzählen. Nein. Ihr dürft eurer Mutter niemals davon erzählen. Wir müssen nach drinnen. Folgt mir. Alles muss erfasst werden. Alle Notfallgeneratoren anschalten. Wo waren sie? Neuer Plan. Die Mission ist etwas ausgeufert. Ich lasse ihr alles wegbringen. Der Angriff. Der Angriff. Dinosauraden. Aha, okay. Ganz schön viele Dinosauraden. Das haben wir auch freigestaltet, ne? Ja, gut, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, wir beenden jetzt erstmal die Folge. Wir sind jetzt wieder zurück im Park. Die Straßen und Wege sind immer noch alle abgeschirmt. Also es kommt keiner rein oder raus. Die Dinosaurier übernehmen die Kontrolle wieder über die Insel. Und Ingen ist auch hier und versucht alles zu vertuschen. Ich würde sagen, wir machen dann beim nächsten Mal hier weiter. Schaut gerne mal in meiner Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. Da bin ich auch regelmäßig live mit den einen oder anderen Spielern. Oder den einen oder anderen Streamern. Und schaut gerne bei meinem Streaming-Partner vorbei. Pre-Skiller. Auch in meiner Videobeschreibung. Und bewertet das Video. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.